Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück zu einer weiteren Episode der FIFA 16 Karriere mit unserem FC Bayern. Ja Leute, in der letzten Episode das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen, welches durch ein sehr tragisches Lasen-Minute-Tor 1 zu 1 endete. Also das zweite Unentschieden mittlerweile in der Bundesliga, was uns jetzt aber nicht groß geschadet hat. Also der Vorsprung ist glaube ich sogar noch um einen Punkt gestiegen, weil Gladbach glaube ich verloren hat. Wir schauen mal eben hier in die Spieltage hinein. Gladbach hat glaube ich tatsächlich verloren. Ne, die haben gewonnen, aber irgendwie glaube ich ist der Vorsprung nicht wirklich kleiner geworden. Viele meinten ja auch unter der letzten Episode, dass ich den Anfang vor dem Spiel immer so ein bisschen kürzer halten soll. Was mir jetzt auch mittlerweile auch ein bisschen aufgefallen ist, also wenn ich da knapp sieben Minuten brauche, bis es dann wirklich losgeht mit dem ersten Spiel in der heutigen Episode, welches ein Spiel zu Gast gegen den FC Augsburg sein wird. Dann ist das für meinen Geschmack auch ein bisschen zu lang. Wir hatten in der letzten Episode auch noch eine absolute Schocknachricht. Nämlich können wir das Ganze hier bei den verletzten Spielern sehen. Unser Top-Stürmer Robert Lewandowski befindet sich momentan in der Rehabilitation aufgrund einer Außenbahnverletzung. Acht Wochen, also zwei Monate Ausfall für den polnischen Nationalstürmer, für den polnischen Bomber hier beim FC Bayern. Deswegen heißt es jetzt, dass Thomas Müller in die richtige Stürmerrolle hineinkommt und als Mittelstürmer wird dann Mario Götze spielen. Wir könnten auch ein Mané oder Comar auf diese Position tun, aber ich dachte mir jetzt einfach mal, dass Mario Götze auch schon öfters beim FC Bayern auf dieser 9er Position gespielt hat, auf dieser falschen 9er Position. Deswegen könnte er das Ganze heute auch mal wieder übernehmen. Links Costa, dann rechts Robben, das Zentrum mit Pogba, Lahm und Vidal. Dreierkette mit Alaba, Boateng und Laporte. Und im Tor haben wir dann unsere Nummer 1 mit Manuel Neuer. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Spiel in der heutigen Episode. Nicht vergessen, wenn es euch gefällt, den Daumen nach oben da zu lassen. 100 Likes auf die heutige Episode wären wieder mal mega nice von euch. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Spiel der heutigen Episode zu Gast beim FC Augsburg. Wenn man von schweren Gegnern redet für den FC Bayern, dann fallen da nicht unbedingt die großen Namen aus der Bundesliga, sondern unter anderem der Verein, bei dem der FC Bayern heute zu Gast war, nämlich der FC Augsburg. Ja, der FC Augsburg, ein Verein, der ist dem FC Bayern in den Spielen heim in der Allianz Arena oder zu Gast in Augsburg. Es wirklich nie einfach macht, obwohl sich Augsburg nicht mal unter den Top 9 in der Bundesliga befindet, wie man auch gerade in der Tabelle sehen konnte. Stuttgart auf der 3 liegend. Davor haben wir dann wiederum Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern München. Also das ist auf jeden Fall eine sehr kuriose Tabelle. Ist der FC Augsburg eine Mannschaft, die es dem FC Bayern immer wirklich sehr schwer macht. Also da fallen nicht unbedingt die großen Namen aus der Bundesliga, wenn es darum geht, welche Vereine es dem FC Bayern wirklich sehr schwer machen. Wie man es auch in der bisherigen Saison sehen kann. Vereine wie Dortmund oder Wolfsburg werden einfach mal mit 5-1 an die Wand gespielt, während man gerade so mit einem Last-Minute-Sieg in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg siegen kann. Durch einen sehr umstrittenen Elfmeter, verursacht durch Douglas Costa. Also der ist auf jeden Fall sehr in Kritik geraten, der Elfmeter. Und auch Douglas Costa in der Situation, dass ihm da eine Schwalbe vorgeworfen wurde. Ich will mich da mal nicht so ein raushalten und jetzt auch nicht groß auf dieses Foul jetzt wirklich eingehen. Deswegen sehen wir hier nochmal die Ausstellung vom FC Bayern. Ich will jetzt nicht groß irgendwie auf dieses Foul eingehen. Ist halt eben so eine Ansichtssache in der Situation gewesen. Wenn der Schiedsrichter meint, dass es ein Elfmeter war, dann warst du mal ein Elfmeter. Kann man jetzt auch nichts groß gegen machen. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt den FC Bayern dafür hassen. Schiedsrichter der heutigen Partie, Heimo Wasserschneider, während wir gerade Alexander Manninger auf der Bank gesehen haben. Nur zweiter Keeper, die eigentliche Nummer 1 mit 38 Jahren. Nur der zweite Keeper hinter Marvin Hitz, der heute natürlich wieder im Tor steht beim FCA. Los geht es hier im Stadion vom FC Augsburg mit Anstoß für die Gastgeber der FC Bayern. Natürlich in den roten Trikots. Heute ohne Robert Lewandowski, der tatsächlich zwei Monate ausfallen wird. Heute mit Mario Götze und Thomas Müller im Sturm. Los geht es in der ersten Halbzeit. Die Bayern von rechts nach links. Und Thomas Müller erobert den Ball sehr stark gegen Hong Yong Ho. Und Thomas Müller vielleicht mit dem 1 zu 0 Marvin Hitz. Eine sehr starke Parade hier. Aufpassen. Mölders zieht in die Mitte rein. Und Mölders, Neuer, kann auch gerade so parieren. Also auch auf Seiten vom FC Augsburg gibt es die erste Gelegenheit, während hier der Ball von Götze zu Müller etwas unpräzise war. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal die erste Aufregung hier für den FC Bayern. Der erste Aufreger durch den FCA hier mit der Gelegenheit. Sascha Müller, das ist die lebende Legende hier bei Augsburg mit der Gelegenheit. Und jetzt Daniel Bayer gegen David Alaba. Super gemacht. Oder Ball zu Sascha Müller, das ist übers Tor. Und jetzt Arturo Vidal mit dem Ball zu Thomas Müller mit dem Schuss. Er setzt Robert Lewandowski heute vorne in der Sturmspitze. Und Marvin Hitz mit der dritten Parade mittlerweile schon. Zieht natürlich wie ein wahrer Eiernrobin in die Mitte. Und der Schuss Marvin Hitz wieder mit der Parade. Was ist denn heute los? Mit dem Keeper vom FC Augsburg. Die fünfte Parade mittlerweile schon. Und die Halbzeit abgefiffen. Hier im Stadion vom FC Augsburg, die heute den deutschen Rekordmeister empfingen. Bisher sieht es eigentlich nicht so gut aus, wenn den FC Augsburg. Marvin Hitz mit unglaublich vielen Taten. Aber auch Neuer war einmal gefragt nach Schuss. Von Sascha Mölders. Also da muss man sagen, der FC Augsburg auch mit ungefähr zwei Gelegenheiten, die nicht unbedingt schlecht waren. Aber ansonsten der FC Bayern hier klar am Dominieren hier im Spiel. Gegen den FC Augsburg. Jetzt vielleicht in der zweiten Hälfte mit den Toren. Die bisher noch nicht vielen. Und das Foul hier von Eswein. Gegen Douglas Costa wird nicht abgefiffen. Diesmal Anstoß für die Gäste für den FC Bayern. Diesmal von links nach rechts. Und Robin Super den Ball gewonnen. Und jetzt Götze am Tor vorbei. Der FC Bayern scheitert hier. Chance an Chance. Am Tor vom FC Augsburg. Das ist unglaublich. Da sind Millionen Spieler vorne. Also Millionen vom Vorm, dass sie alle unglaublich viel wert sind. Und dann schaffen sie es nicht mal das Tor zu machen hier. Gegen den FC Augsburg. Das ist doch schon mehr als lächerlich, was hier gerade abgeht. Und jetzt nochmal. Douglas Costa zieht jetzt wieder in die Mitte. Douglas Costa. Und Vidal kommt nicht an den Ball. Das ist heute echt ein unglaubliches Defizit beim FC Bayern. Das Tor, es will einfach nicht fallen. Und jetzt Paul Pogba mit dem Ballgewinn. Robben. 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 Und wieder Marvin Hitz. Es ist unglaublich. Das kann es doch mittlerweile echt nicht mehr sein. Marvin Hitz hält hier Ball für Ball. Der FC Bayern feuert hier Schuss nach Schuss. Aber Marvin Hitz, dem juckt das ja einfach heute alle Mann schon nach gar nicht. Der hält die Bälle, als wäre er Manuel Neuer. Und jetzt Sadio Mane. Sadio Mane. Und der ist wieder abgefälscht. Und der FC Augsburg. Er hat heute das größte Glück. Was man sich schon nicht vorstellen kann. Wie kann man bitte so viel Glück haben? Wie kann Marvin Hitz heute einfach jeden Ball halten? Und jetzt Douglas Costa. Marvin Hitz wieder mit der Parade. Es ist doch nicht mehr zu fassen. Und wieder Douglas Costa zieht. Jetzt kann es doch mal sein. Und Douglas Costa 1 zu 0. In der 80. In der 80. Minute. 10 Minuten vor Spielschluss. Douglas Costa. Das ist doch nicht zu fassen. Und Marvin Hitz war wieder dran. Das ist doch nicht normal, was Marvin Hitz heute gehalten hat. Der Mann, der tatsächlich ein Torwartor erzielt hat. Nach der Ecke gegen Leverkusen. Heute hat er die Manuel Neuer Superkräfte aktiviert. Alle Mannschaft. Er hält hier wirklich jeden Ball. Aber Douglas Costa endlich mit dem 1 zu 0. Aus Sicht vom FC Bayern. In der 80. Minute. Und Ligator Nummer 6. Und das Foul von Philipp Lahm. Tatsächlich auch noch ein bisschen den Ball gespielt. Es gibt die rote Karte. Die rote Karte für den Bayern Kapitän. In der 85. Minute. Aber das kann mir jetzt hier keiner erzählen. Dass das wirklich eine rote Karte war. Der trifft halt wirklich noch den Ball. Sehen wir hier. Er trifft den Ball. Gretz natürlich auch in den Spieler von Augsburg rein. In den Innenverteidiger. Der steht aber auch wirklich direkt wieder. Und dafür wird Philipp Lahm tatsächlich vom Felde verwiesen. Kommt die gefährlich. Die kommt gefährlich. Pogba über das Tor geköpft. Und der FC Bayern gewinnt mit 1 zu 0. Mit 1 zu 0 gegen den FC Augsburg. Und ich würde jetzt liebend gerne auf die Statistik gucken. Wie viele Schüsse bitte der FC Bayern heute abgegeben hat. Das 1 zu 0 komplett unverständlich. Das hätte heute mindestens ein 5 zu 0 werden müssen. Aber der FC Bayern siegt durch ein Tor von Douglas Costa. Augsburg ganz klar geschlagen. Leider Gottes die rote Karte für Philipp Lahm. Für den Kapitän hier beim FC Bayern. Sehr ungeschickt in den Zweikampf gegangen. Aber eine rote Karte war das für meinen Geschmack jetzt nicht. Zu diskutieren bringt jetzt natürlich auch nichts. Der 1 zu 0 Sieg für den FC Bayern zu Gast beim FC Augsburg. Durch ein Tor von Douglas Costa. 18 Schüsse. 18. Leute 18. 18 Schüsse auf das Tor gegeben. 9 Torschüsse. Und 1 zu 0 gewonnen. Wie viele Paraden hat Marvin Hitz? 9,4. 12 Paraden man. Das ist doch nicht normal. Also das muss man sich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 18 Schüsse. 9 davon aufs Tor. Hitz. Klar, klar, man auf dem Match gewesen. Mit 12 Paraden. Und das Spiel ist 1 zu 0 ausgegangen. 1 zu 0. Mit 18 Schüssen und 9 davon aufs Tor. Ich weiß nicht, was Marvin Hitz vor dem Spiel genommen hat. Aber es war auf jeden Fall sehr gut. Jetzt simulieren wir nochmal das Spiel Heimen Allianz Arena gegen den SV Darmstadt. Hoffentlich wird das ein Sieg. Martin ist als Sechser mit dem 1 zu 0 tatsächlich. Hat ja auch im Spiel gegen den Hertha BSC eine super Vorarbeit gemacht für Kingsley Coman. War auf jeden Fall eine sehr starke Einlage da. Und auch eine super Kombination. Manet und Götze im Spiel. Die Hinein Müller mit dem 2 zu 0. Also das Spiel sollte eigentlich entschieden sein. Gegen Darmstadt. Mit einem 2 zu 0 Sieg durch Tore von Javi Martinez und Thomas Müller. Gut Leute, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Episode der FIFA 16 Karriere mit dem FC Bayern. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, nicht vergessen, den Daumen nach oben da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich muss sagen, ich habe heute ein bisschen meine Stimme verloren. Also der Hals tut auf jeden Fall schon ein bisschen weh, weil da einfach ein bisschen zu viel rumgeschrien wurde. Mit den ganzen vergebenen Chancen. Ein bisschen zu lautstark heute gewesen, kann ich sagen. Also das war auf jeden Fall alles andere als gut. In der nächsten Episode geht es dann los mit dem Spiel in der Champions League K.O.-Phase. Im Achtelfinale treffen wir auf Manchester City das erste Spiel dann zu Gast im Etihad Stadium. Hoffentlich läuft es dort besser mit den Toren. Auf jeden Fall, wir sehen nach vorne für die nächste Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann, haut rein und ciao.